Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Mein Name ist Dennis von TestVenture und heute möchte ich dir zeigen, wie du ganz leicht dein Blau Prepaid-Guthaben abfragen kannst. Los geht's! Um das aktuelle Blau-Guthaben abzufragen, öffnen wir zuerst unsere Telefon-App am Handy. Danach geben wir den Anrufcode Sternchen101raute ein. Haben wir den Code eingegeben, drücken wir nur noch auf Anrufen. Und schon wird ein USSD-Code ausgeführt und unser aktuelles Blau-Guthaben wird per Push-Nachricht angezeigt. In meinem Fall sind es 24,91 Euro. Alternativ können wir das Guthaben auch über die MeinBlau-App abfragen. Öffnet dazu einfach die MeinBlau-App und schon sehen wir oben links auf der Startseite unser aktuelles Blau-Guthaben. Wie genau ihr die App installiert und euch einloggt, habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich euch jetzt oben rechts. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, dein Guthaben abzufragen, würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder ein Super Sanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine Testventure-Crew.